Hast du schon gesprungen? Nein, noch nie. Ähnliches halt schon. Aber nicht mit dem Rad. Bitte? Aber nicht mit dem Rad hier. Ja, deswegen checke ich es gerade. Irgendwie habe ich gerade Lust dazu. Mit dem Rad zu springen? Ja, doch. Irgendwie habe ich gerade Lust dazu. Ich weiß noch nicht, ob es gut geht. Okay. Wünschst du mir Glück? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Danke. BAM! Ich habe ein Feuerball, Junge! Wuhu!